Stark. War lässig. Voll geil. Stark. Geil. Oh Junge, nein! 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 Du bist ja so ein Typ, der immer voll gerne lacht und du bist richtig gut in den Reactions, ne? Worauf willst du hinaus? Ist ein bisschen edgy? Was heißt ein bisschen edgy? Ja, so ein bisschen, ein bisschen, weißt du? Nein! Was denn? Kannst du mir deine Facecam mit aufnehmen? Ich kann... Als Hintergrund soll ich einfach einen Greenscreen haben? Nee, brauchst du nicht. Du kannst einfach dein normales Zimmer haben als Hintergrund, wenn du willst. Ich hab kein normales Zimmer, ich hab nur einen Greenscreen als Hintergrund. Ich hab immer ein Minecraft-Bild drüber, wie du vielleicht weißt. Wie groß soll ich dir das aufnehmen? Ich nutze einfach maximal groß auf, dann hast du maximal viel Face. Maximal viel Face ist immer maximal geil, Marc. Ich drück dann einfach gleich auf Aufnahme starten. Ich seh aus wie ein Kerl. Sieht noch alle eh kackeig aus gerade, bringt doch nichts. Sehr geil. Kann man auch jederzeit Pause machen und was dazu sagen, oder macht man das nicht? Ist das nicht üblich? Doch, doch, man macht das doch. So funktioniert ein React. Es ist nur meine Facecam drauf. Ja, ja, richtig. Mehr brauch ich nicht. Max, du musst echt... So, was hab ich noch nie gemacht. Ist so geil. Du musst wirklich noch in den YouTube-Film reinkommen. Ich feier das richtig. Scheiße. Richtig süß, Mann. Richtig süß. Scheiße. Ich starte jetzt meine Aufnahme, ja? Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Da ihr momentan mit Gaming-Content vollgeschissen werdet von allen Leuten, dachte ich mir, mach ich den gleichen generischen Scheiß wie alle anderen YouTuber und schau mir einfach nur Content an und reagier darauf. Wichtig ist natürlich, dass man vernünftige und ausgefallene Gäste dabei hat. Und deshalb hab ich heute Trimax mit dabei. Der König der Reaction. Hallo? Ja. Du bist krass, was Reactions angeht, ne? Ich bin Reaction-mäßig heftig. Ich mach immer Play und dann ist das Video zu Ende und sag ich, ja, war nice. Aber du sagst doch meistens gar nichts. Du lachst nicht. Du guckst einfach nur meistens verwirrt in die Kamera. Ich bin dann meistens gecatcht vom Video. Ich beobachte das dann sehr ausgiebig, ja. Gut, dann schauen wir jetzt mal, Leute, wie das hier läuft. Wir haben hier Memes I found while queuing for toilet paper. Ganz gut zur aktuellen Lage auf jeden Fall. Ich würde sagen, Max, wir fangen einfach mal an. Es ist eine Nicht-Lachen-Challenge. Wer lacht, hat verloren. Darf ich jetzt nicht lachen? Doch, man nennt es, es heißt nicht Lachen-Challenge. Es heißt nicht Lachen-Challenge, aber wir werden eh die ganze Zeit. Aber man lacht einfach normal. Richtig, man lacht einfach. Max, du hast es verstanden. Du weißt, wie YouTube läuft. Ich würde sagen, wir fangen an. Gut. Morning. How much is this? 149, sir. I've got 50p. Fuck you, bastard. Ey, that's not good, my brother. Crossroad dash, light turns to red. We wait for the beats. There they are now then. JD Sportsman. He's got a decent star. Hast du es mitbekommen, dass jetzt überall während Sport-Kommentatoren das alltägliche Leben kommentieren? Hab ich nicht mitbekommen. Gut, dass du mich da aufklärst. Ja. Was, was, was sehen wir jetzt hier? Sind das, sind das, sind das Memes? Ist das absichtlich gefilmt? Sind das Fails, die gefilmt wurden? Weißt du, was ich meine? Das sind Memes, das sind sogenannte Memes. Einfach lustige Clips zusammengeschnitten. Ah, okay, okay. Let's go. Das geht doch so in die Hose. Der trifft doch die Frau jetzt im Gesicht oder sowas. Oder die Scheibe geht kaputt. Oh, Junge. Ah, ja. Ich hätte die Scheibe geiler gefunden. Normalerweise Feier ist mega, wenn so Leute wie wir voll auf den Sack bekommen. Aber so eine Oma, guck mal, die sitzt da sogar schon nur. Weißt du, was ich meine? Aber ist ja auch dumm, wer sowas spielt, Alter. Also Leute. Ja, hast du recht. Bisschen Gehirn so. Oh, Junge. Oh nein, oh nein. You'll notice I wasn't here over the weekend. Saturday. A little low grade fever. Oh. Als ob. Interessant. Oh, Olympische Spiele war wild dieses Jahr. Oh, oh. Nicht schlecht, oder? Stark. Okay, Max, jetzt kannst du relate. Guck mal hier, Nether-Portal. Da bist du selber sehr stark drin gewesen. Du erinnerst dich, ne? Ja. Yo, my man, why you got on that purse, eh? This ain't no f***ing purse. I'm the big DILF. Don't do that. Pull it out and put your own in the bit at you, hear? Oh, damn. Nice, Alter. Nicht schlecht. Geile Edits, man. Strong. Oh, das geht doch in die Hose. Oh, krass. Oh, krass. Oh mein Gott. Nicht schlecht. War lässig. War einfach nur lässig. War nicht lustig, war lässig. Katzen sind solche Scheißtiere. Ja, ich wollt's grad sagen. Hunde sind viel cooler. Guck mal, was der alles drauf hat. Guck mal, was der Hund alles kann. Ja, ja. Ja, gut. Der ist jetzt ein bisschen dümmer. Der ist echt dummer. Der ist echt dummer. Nee, der ist schon sehr stressig. Guck mal. Scheiße. Hätte die Kasse nicht hinbekommen. Boah, Junge. Oh, der ist mir auch mal passiert. Halt's mal holen. Echt jetzt? Echt jetzt? Genau das? Ja, ja doch. Ich wie früher so aufstützen, aber der war nicht so im Balance. Junge, safe. Ich kann's dir richtig gut vorstellen. Jetzt ist doch auch schon mal passiert, oder nicht? Nee, ich bin nicht wieger, nur 20 Kilo. Oh, f***. Kannst du kochen, sei mal ehrlich? Nein, wohl gar nicht. Boah, Junge. Was ist das für ein Tier? Ist das ein Otter? Nee, ein Waschbär oder sowas, ne? Ich glaube, es ist ein Otter. Ist das ein Otter? Ich glaube, es ist ein Meeresotter. Meeresotter? Boah, das sind so hässliche Tiere. Iiiiih. Ja, mein Gott. Boah, Digga. Hältst du gern so eine Katze? Nein, nein. Das ist ein Monster gewesen. War keine Katze. Was ist das? Was macht der da? Was soll das sein? Sind das Kartoffelnudeln? Spätzle? Macht man so Spätzle? Digga, nein. Was ist das? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Skyrim Musik dabei. Junge. Hast du Skyrim mal gespielt? Nie. Alter. Ja, okay, gut. Du hast es verstanden. Ich bin drin. Ja, ja, doch. Okay. Junge. Iiii, Alter. Oh. Alter, scheiße. Come on, Steve. Oh, Minecraft. Ist das dumm. Ist das dumm. Die Leute haben wirklich nichts mehr zu tun. Oh, die sind so viele Minecraft-Needs, Alter. Holy shit. Minecraft ist das Game. Ja. Mein Hund einfach. Einfach mein Hund. Was soll das? Das ist geil. Der kommt immer näher. Siehst du das? Ja, das ist gut. Hä? 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 Ah! Oh, ist das Scheiße? Lol. Der hat ein Handy in der Scheiße gefunden. Ist das safe, Scheiße? Ja, ich glaube, das ist so Kuh-Scheiße. Oh, wie ist das? Oh, mein Gott. Nein! Halt's auf! Das ist Scheiß, hier. Feier ich aber. Okay. Nicht arbeiten. Nein! Guck da, Hunde sind so klug. Siehst du das? Kann ich meinen Job machen? Nein. Ich seh dich auch mit so'n Schäferhund, Max. Ich seh dich da einfach. Du und so'n richtig geil trainierter Schäferhund. Du reitest auf dem, weißt du? Ist so'n richtig großer, so'n stabiler. Da hat er einen Megabuck drauf. Stell dir vor, du würdest dich auf meinen Hund draufsetzen. Der wär instant tot. Scheiße. Oh mein Gott! Was? What the fuck? Skyrim. Skyrim back at it again. Richtig gut gemacht. Das ist gut. Das bin einfach ich, Max, in letzter Zeit. Nur mit mir selber am Spielen. Alles alleine machen. Sex auch. Alles. Was soll man machen, Max? Was soll man machen? Wie ist das? Digga. Guck mal, wenn die Leute nicht mehr arbeiten müssen. Das ist so geil einfach. Das ist gut. Junge, ist das geil. Oh, Junge, nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter, what? Wie stressig. Boah, das würd ich mal richtig gern gegen dich machen. Das haben wir ja gemacht auf der Gamescom. Also nicht mit dir, aber mit der Strobel und so hab ich einen gemacht. Ja, Digga, du hast ja alle runtergehauen. Ja. Ist das gefroren? Oh, Junge. Es war auch zu klar. Oh ja, geil. Endlich wieder. So baue ich. Einfach du, Max. Einfach du. Genau in der Geschwindigkeit. Genau in der Geschwindigkeit. Ja. Junge. Du malest Minecraft Let's Play von mir. Dann passiert auch gleich noch irgendwas. Nein. Ja, er fällt gleich noch in die Lava rein oder sowas. Oh, Junge. Nein! 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 ==» Was zum Teufel, Alter? Wer macht sowas? Wer nimmt sich die Zeit… Hä, macht der den Fleck damit weg? Oder was? Oh mein Gott. Scheiße. Nice Life Hack, bro. Sehr nice. Ja, würd ich einfach ein Pimmel. llev! Ich kann mich aufwachen! Ich kann mich aufwachen! Ich kann mich aufwachen! Warum bist du so laut? Laut ist lustig. Sehr gut, sehr gut. Ja, lustig war das ja unsichtbar. Oh, das war echt ein guter Gig. Das ist, oder? Das ist ein Killer. Guck wie geil Hunde sind. Ja. Oh nein. Oh nein, guck mal, er rafft es richtig. Ja, ein bisschen. Oh, Junge. Oh nein, oh nein, oh nein. LOL. War geil. Nach Quarantäne alle. Alter. Scheiße, Alter. Oh, ist das fies, das hab ich auch mal mit jemandem gemacht. Das ist geil. Das ist geil. Das ist einfach dein Chat. Wie ist es, der fetteste Streamer von Twitch zu sein? Dabei laufen da ganz, ganz andere Kaliber rum. Und genau diese Diskussion muss man dann führen. Ja. Punkt ist, ich bin nicht so fett, okay? Ich bin nicht so fett. Oh, Junge. Oh, Digga. Katzen. Ich weiß, ich werd nicht warm damit. Ich werd nicht warm mit diesen Tieren. Nee, nee. Hallo da. Das könnte einfach dein Auge sein, wo du grad rumkratzt, weißt du? Ja, ja. Sieht aus wie ein Monster. Ah, okay. Alles klar. Halt auch unnötig sowas, ne? Das ist auch unnötig, Digga. Guck mal, das sind alles Sachen, die halt... Ja, aber die braucht das medizinische Personal doch. Das ist doch scheiße. Das ist richtig. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Was? Das von Jackass. Dieser Typ ist ja da drin. Was? Ja. Oh. Lange ist das her. Oh shit. Da fällt ja safe hin. Guck mal, wie er noch lacht. Er weiß auch gar nicht, was er hinfällt. Doch nicht. Maschinengang Kelly ist das, glaub ich, bei seinem Meeting. Was ist das denn? Ach so, zum Seilspringen oder... Ist das so ne Übung, ne? Ja. Versteht dies nicht? Digga, was macht die denn da? What the fuck? Was macht die denn? What the fuck? Wieso hat sie überhaupt erst so viel durchgemacht? Das wusste ich doch gar nicht. Kombination wirklich eins zu eins, wirklich stark. What the fuck? Let's just me, Max. Captain America. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, Max, du hast auch ein bisschen gelacht zwischendurch, ne? Ein paar. Es ist wirklich so... Ein paar. Ein paar. Ja, weil genau die schneiden wir jetzt zusammen, weißt du? Geil. Da, wo wir gut gelacht haben, das ist ja genau das Ding. Ja. Jetzt wirkt es so, als hätten wir nur 10 Minuten am Stück gelacht. 10 Minuten und 7 Sekunden am Stück gelacht, haben wir. Mehr nicht. Start, okay. Dann machen wir das. So, Max, super. Dann bedanke ich mich. Ey, ganz tolles Ding. Wir starten vielleicht die Tage mal nochmal ein bisschen auf Twitch durch zusammen. Richtig. Sagen wir es einfach mal, Max, ne? Machen wir. Wir haben nämlich da noch Minecraft-mäßig was geplant. Wartet ruhig ab. Wird geil. Falls ihr Tribes noch nicht kennt, dann schaut auf seinem Kanal vorbei. Und ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen. Tschau. danke. 82 APP Per P Arte анов